Mein Name ist Mario Wolff. Ich bin seit 1. Mai 2022 bei der Firma WIKA tätig und bin als Zersparnungsmechaniker eingestellt. Meine Haupttätigkeit, wenn ich morgens in die Arbeit komme, ist tatsächlich zwei Maschinen betreuen, einrichten, neue Programme auch einfahren und wenn die Maschine läuft, die Maße kontrollieren, Werkzeugverschleiß und schauen, dass das Teil ordentlich dann abgeliefert wird oder rauskommt. Es gibt manchmal aber in manchmal Tage, wo man sich wirklich, wo man die Bälle wie ein Jongleur oben halten muss und es werden immer noch mehr Bälle mit reingeschmissen und man hat so einen Moment, wo man denkt, jetzt fallen sie gleich alle runter. Aber dann gibt es auch Tage, wo die Maschinen laufen, wo es einfach dann gut läuft. Als ich jetzt hier bei WIKA angefangen habe, war für mich, dass ich erstens eine Maschine habe, die viel mehr Werkzeuge trägt. Was vor allem besonders war, bei WIKA werden nur Edelstähle, also werden nur Edelstähle bearbeitet. Also aus einer einfachen Metall, ich sag mal, ich sag es einfach mal so, Metallbrocken mit einer Zeichnung und Werkzeugen ein schönes Teil zu produzieren, was man dann am Schluss vielleicht auch sieht, wo es eingesetzt wird und sagt, das Teil, solche Teile habe ich gemacht. Das ist für mich Erfüllung. Das macht mich stolz, macht mich froh.